okay ah ja ich stehe da oben sie da haben wir sie die nächste münze oder das nächste siegel münzensiegel wie haben wir jetzt sieben wenn das ein paar so ach was unser champion ist zurück wie er geht es ist wie er geht es dir auf dein abenteuer es ist ein bisschen schwer als schwer als ich dachte aber die musik ist klasse du hast uns zu früh verlassen ich hätte dich die gabe des sehens lernen soll die gabe des sehens das ist eine technik die jungen schüler wie dir nur selten gelehrt wird es sei denn der verstand kann erweitert werden wie kann ich meinen verstand erweitern durch eine tasse heißen sternentee leider sind uns die sternentee blätter vor ein paar jahren ausgegangen wir haben nur noch eine saat doch es würde jahrhundert dauern bis die pflanze ausgewachsen ist gib mir die saat dann sehe ich was ich tun kann ich hatte gehofft du würdest das sagen du hast die sternsaat erhalten finde ein blumenbeet und dann warte ein paar jahrhunderte ja hier haben wir nix wahrscheinlich zurück bis an feld irgendwo müssen wir mal gucken die ttl ttl tt dtl tt n toio hallo nina ninja ich War mir denninhos Feld hundert in deinz feld ja schön haben wir das irgendwo nass oder so also hier sehe ich keins das ist halt nur die Frage ich sehe auch keins unten wir müssen eh da hinten hin in das nächste Gebiet wieder um da hinten ranzukommen ok hier ist wahrscheinlich irgendwo eins ne wo haben wir denn Felder naja schauen wir mal ne wo hier irgendwo Felder sein sollen ouch das ist der Vorne zack hmm hm tschüss ok ja jetzt kriegen wir das auch hin ich sammle die hier nochmal kurz ein jetzt kommen wir hier nämlich hin ok 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 das war doch einfach einfacher als gedacht einfacher als gedacht ich hätte gedacht ich sterb drum oder so also so wie immer ok der kam ja auch hat mir hier irgendwo ein Feld oder so naja naja seht die Spielwahl der Legende nach ist sie das Relikt das den Fluch der Menschheit aufrecht erhält ok was soll ich als nächstes tun ähm dort wo die Toten leben hat ein Feind der zum Freund wurde eine wichtige Gegenstand hinterlassen ok aber wo kann ich das denn pflanzen ich will es irgendwo einpflanzen Bizarre Bizarre aber wir kommen hier wieder raus weil wir haben hier nämlich noch ein paar Marken zu holen die würde ich mir gerne noch holen wir hätten das vorher schon so machen können also ich die 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 hallo wauw wauw diese Brüsche mei die sie machen wenn sie sterben äh ok wir sind hier oh mein Gott ich bin endlich fertig ich kann mir gut vorstellen dass du glücklich bist dass du fertig bist äh 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 zack nein äh aha war wohl nix die ist ganz dahinten wir hätten auch normal nochmal durchs Portal wahrscheinlich gehen können vermute ich mal so aha ouch 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 muss ich ja gar nicht machen ich kann ja direkt da rüber gehen hm 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 da und da hinten hoch da und da hinten hoch ach komm aus lebendiges neum zack oh hi hi die kann ich mir auch nochmal mitnehmen es hat geflackert da oben im Baum voll voll da reingefallen noch reingesprungen wir müssen da oben also lang verstehe ok kommen wir hier also weiter hier gehts weiter nein nein ich will immer alles mitnehmen zumindest soweit es geht äh aha ok neum neum erstmal gedockt dass mir ja nix passiert ist tschüss tschüss aber mittlerweile krieg ich das auch ein bisschen besser hin alles die ist da oben irgendwo ouch 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 war ich nicht neum neum jetzt sind wir wieder hier wir brauchen irgendwo ein portal dafür wir brauchen irgendwo ein portal dafür scheint halt da oben zu sein ok ich stehe was ist das was ist das was zur hölle wieso soll ich das denn bitte hinkriegen mhm Warte mal, ist das nicht sogar das Gebiet, wo ich das erste Mal gestorben bin? Okay, jetzt habe ich es. Geht doch. Hui, jetzt habe ich es. Was auch gar nicht, wie viel mehr jetzt noch fehlen. Boah, in dem falle ich direkt rein. Natürlich. Natürlich. Wo ging es hier noch ein? Ich glaube, das bringt nichts, hier lang zu gehen, oder? Nee. War hier nicht die Marke? Aber wo komme ich hier hin? Habe ich was Geheimes gefunden? Mal wieder. Hm. Wie groß ist denn die Karte, bitte? Ach, hi. Okay, hier nervt. Hey. Bin ich denn hier? Was habe ich denn da gefunden? Oh. Oh. Die Zähne habe ich gerade gar nicht gesehen jedes Mal. Jetzt sind wir hier. Wollte ich aber gar nicht hin. Eigentlich. Na ja. Die, 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 die. Nein. Na ja. Können wir viele von denen. Was sind wir da eigentlich? Oh, ich hatte einen Hacker in der Runde und das Arschloch hat die Serie 40 zerstört. So was sagt man doch nicht. So was sagt man doch einfach nicht. Wo komme ich hier denn? War ich hier schon mal? Ah, guck mal, da komme ich nicht lang, aber hier. Ah, okay. War nix. Zack. Das fällt runter. Diese Kugel, ey. Ah ja. Verstehe. Ja, ich verstehe. Autsch. Autsch. Bin wieder hier. Geh da lang. Achso, das war ein Speicherpunkt. Ja, aber man konnte ihn nicht schlagen und er hatte... Er hatte einen Nether Reach Welt, also auch da keine Chance. Okay. Wie viel? 36 Siegel fehlen jetzt noch. Brauchst du etwas? Ich mach mal das hier. Also, wir sind jetzt da... Weckkarte. Sind da unten jetzt. Wir hätten aber hier noch was. Zum Beispiel da, da... Na ja. Na ja, na ja. Mach ich mal was anderes kurz. Der musste mich zweimal schlagen und dann tot. Es ist halt... Es ist halt... Hacker sind halt schon so ne... Wie man sagen... Verdammt... Bechissen. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Wo ich am Anfang so abgelust hab. Wir haben anfangs so oft gestorben, wenn... Weil ich nicht gescheckt hab, wie ich da genau hinkomme. Dann soll ich da wieder hoch. Verstehe. Na, da hinten hinten halt. Ich hab' mal versucht, um drüber zu kommen. Aha. Zack. Zack mit dir. Ach ja. Aber leider hast du sowas bei Minecraft ja... Heel zu... Oft. Solche Idioten. Bin auf gar okay. Okay. Autsch. Ach ja. Nein. So, weg mit dir. Speichern. Dann gehen wir hier weiter. Ich will ja die Marken haben. Aber es ist nur wichtig, dann wieder Krieg. Äh... Eins, zwei, drei. Das ist also noch ne zweite. Aha. Idee. Hm. Klopp. Klopp. Erstmal so töten. Hab dich. Jetzt sind wir hier... Dann runter. Irgendwo müssten wir halt ein Portal noch haben. Also, so ein Ding, das sich ändert. Hm. Hier aber nicht. Aber sonst kommen wir hier nicht durch. Hm. Autsch. Ich hab vergessen, dass sie ja so klein sind. Dass man sich drucken muss. Well, ich vergeschen. Äh... Okay. Hier haben wir keine mehr, ne? Was ist das eigentlich, wenn ich hier so lang fliege? Ist da irgendwas? Ne. Hätte ja sein können. Da hätte ja was sein können. Hm. Zuck. Okay, hier kommen wir zum Boss. Einzige Möglichkeit zu machen, wäre einmal hier rein. Gehen wir hier wieder durch. Dann gehen wir hier raus. Und die Welt ist so, okay. Auch die andere Perspektive, ne? Oh. Wie kann ich da denn ran? Wie? Tut 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 tut. Autsch. Das war doof. Das war sehr doof. Ach ja. So. Klar, willst du deine Scherben wieder da haben. So wie immer. Kannst du auch haben. Tschüss. Danke, jetzt kannst du wieder verschwinden. Ach ja. Wir müssen da halt runter. Ja doch, einzige Möglichkeit ist eigentlich, wir nehmen gleich den anderen Weg da unten wieder lang. Dann wechseln wir einmal die Phase, also die Zeitlinie. Oh. Mal gucken. So. Tü-di-di, tü-di-di. Autsch. Hat mich voll getroffen. Ich glaub's ja nicht. Schon wieder. Ja, müssen wir da erstmal runter. Das ist halt eh nichts mehr, deswegen brauchen wir da nicht so runterfliegen. Deswegen kommt man dann nämlich auch wieder hoch. Würde ich mal sagen. Tü-di-di. Tü-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Autsch. Wird mal voll am Schaden nehmen. Aber einfach immer weiter. Ja, jetzt müssen wir da rein. Dann müssen wir das einmal gleich wechseln. Ob das funktioniert, ist halt so eine andere Frage, ne? Normalerweise müsste das ja anders bleiben. Wir wechseln ja nur das Gebiet. Naja, mal gucken. Okay, wir müssen hoch. Und dann da wieder runter. Scheinbar. Scheinbar müssen wir das dann so machen. Hm. Ja. Genau, hier hoch. Autsch. Ach ja, das geht ja hier gar nicht. Ach doch. Was ist nämlich das hier? Besten. Oh. Da waren noch welche. Da waren die noch mal. Ne, ne, mach das mal nicht. Klar mach ich das. Ich dachte, du hast Besuch. Ich dachte, du hast Besuch. Ach, jetzt kommt man da unten nicht mehr weiter. Wie soll denn das funktionieren, bitte? Wie soll das denn bitte gehen? Nochmal kurz rein, Luschan. Okay. Ja, ich bin halt recht weit gekommen schon, ne? Was ich halt nicht gedacht hätte eigentlich mehr. Aber ja, gut. Ups. Bin tot. War ich nicht. Bin ich gestorben. So, jetzt lande ich wieder hier. Jetzt ist das wieder so. Tschüss. 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 So, weg damit. Jetzt probieren. Also, wahrscheinlich darüber. Aber zurück. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen soll. Ich will doch nur die Marke haben. Ups. Und wer so weit nicht rankommt. Äh, naja. Ja, wenn du noch da bist. Und da hat dir jemand gefragt. Ob du krank bist. Warum du nicht da bist, Leute. Ups. Ah, hier können wir ja mal speichern. Hätte ich ja eben auch schon mal machen sollen. Ne, ich muss das doch darum machen. Stehen. Zack. Ich wollte eigentlich Beethoven zum schnellen Schwimmer, aber naja. Naja. Wo hat nichts draus? Äh, okay. Ach was. Ich will das aber hier nicht. Oder was passiert, wenn ich das hier wechsle? Ach was. Ich wollte sagen, ich bin gerade gestorben. Also geht es da nicht mehr weiter, generell. Hm. Ne. Das wollte ich machen. Warum bin ich da jetzt runtergeflogen? Warum? Zack. Äh. Jetzt aber. Zack. Wie viel frisst er eigentlich jedes Mal? Ich gehe hier so lang. Autsch. Ist da was? War hier noch mehr oder war hier nur das? Wurde mal nur das, ne? Ach, komm mal einer an. Ich hab den mal vergessen oder so. Hm. Hm. Naja, keine Ahnung. Zack. Hm. Nö. Da wollte er mich gerade schnappen. Habt ihr das gesehen? Dein Ernst? Aha. War nix. Das wollte ich nämlich gar nicht machen. Ach, warte mal. So komme ich hier gar nicht hoch, ne? Ja, ja, na. Was ist? Was gibt es? Oh, jetzt bin ich wieder hinten gelandet. Ach, nö. Ich hasse sowas. Ach, ja. Der ist so ein Fresssack, ey. Da will man so viel haben. Was ist das? Was passiert nochmal, wenn ich das aktiviere? Dann haben wir das Level. Ich bin für heute abgemelden. Also schlauft alle gut und noch viel Spaß. Alles klar. Ich hätte mal eben nicht lesen sollen. Die eine gute Nacht. Dann wäre ich da gerade nicht dran gestorben. Ich habe nicht drauf gehalten, dass sowas runterkommt. Ah, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. So. Hier bin ich. Die will ich erstmal töten. Gut. Dann machen wir das halt nochmal. Warum springe ich direkt in den Mist rein? 589 Zeitschirmen hat er schon gefressen von mir.